Freunde, heute wird es abgespaced. KTM Expo ist am Start und sagt mal Servus. Das Ding ist einfach nur crazy. Zwei Liter TFSI. Keine Serienleistung mehr, sondern statt 275 PS sind es jetzt 320 PS. Also das Ding sieht nicht nur brutal aus, sondern es ist auch brutal. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal schön die Runde. Guckt euch das mal an hier. Da muss ich mich jetzt erstmal reinstrecken. Festziehen. Okay. So. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR?!? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist so krass. Das ist so krass. Oh mein Gott! Das ist crazy! Leute, ich sehe mich nicht, aber ich grinse die ganze Zeit! Das ist so krass. Ich bin glücklich, dass ich die Zeit ständig erfüllen habe! Sie sind genau da. Ich habe viele viele Jahre dafür. Ich bin ein sehr. Soll es den und einen sehr gutterenitàlen. Ich habe das Abath vom Umfeld auf den Boden. Das war das Ahnung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR